hallo zu einem neuen blog endlich mit meiner neuen kamera ich muss mir daran gewöhnen dass ich nicht oben in den display gucke aber das wird wahrscheinlich oft passieren und ja das wird jetzt mein erster probevlog quasi mit meiner neuen kamera und ja ich komme gerade von der arbeit woher auch sonst und habe nämlich meine neue speicherkarte bekommen und deswegen habe ich die reingemacht und wollte mal die erste szene drehen und ja viel habe ich nicht zu erzählen ich werde mich jetzt abschminken weil das ist eh das beste und wenn noch was zum abendbrot machen und morgen habe ich noch einen termin da kann ich euch aber nicht mitnehmen aber ja ich weiß gar nicht was erzählen soll auf jeden fall ist das voll komisch jetzt kein fischauge mehr zu haben das ist mega ungewohnt aber naja ich habe übrigens meinen neuen pullover an den ich mir gekauft habe und ja jetzt werde ich mich abschminken übrigens werde ich auch noch mein thumbnail bearbeiten für das video morgen weil ich habe von gesehen dass es irgendwie ein ganz komisches format deswegen muss ich das noch mal neu machen das werde ich heute auch noch machen wir haben es gerade kurz vor sieben uhr morgens und ja es schneit seit gestern abend und jetzt ist alles wieder weiß und das mitten im märz im frühling ok ist noch nicht frühling und jetzt muss ich mich noch fertig machen und dann geht es in die berufsschule ich komme gerade aus der berufsschule und war noch mal kurz im zeitschriftenhandel weil ich mir eine zeitung gekauft habe und zwar habe ich mir diese gekauft die neue jolie weil es da von bior so eine clear up stripes mit dabei sind deswegen habe ich mir die zeitung gekauft und ja nachher muss ich noch meine haare waschen weil wir sind mega eklig und morgen geht es zum tätowierer und zwar muss ich morgen nicht so lange ab arbeiten und dann fahre ich mit meinem bruder zum tätowierer um einen termin auszumachen weil ich endlich mal neue tattoos haben wollte und jetzt habe ich gesagt jetzt fahren wir endlich mal weil sonst fahren wir nie hin und da werde ich auf jeden fall mitnehmen also also unterwegs ein bisschen so aber ja da geht es auf jeden fall morgen hin und dann wird erstmal ein termin ausgemacht freue ich mich mega drauf und ja schnee liegt immer noch aber mittlerweile ist es halt schon echt mega matschig geworden aber egal müssen wir jetzt wohl durch und ja jetzt werde ich mich erst mal umziehen meine mutter hat mir gerade ein paket hochgebracht also ich habe gerade ein paket bekommen und zwar ist das von wusch und ich denke mal dass es eine handy hülle sein könnte ich stelle euch mal hin ja ich werde es jetzt mal auspacken also der vormach könnte es eine handy hülle sein und ja das ist diese hülle hier take me to neverland mega süß also von disney werde ich mir jetzt gleich an mein handy machen jetzt vorgestern dass meine hülle gewechselt aber ich kann ja nur nicht wissen dass heute eine neue helle helle hülle kommt deswegen ja finde ich auf jeden fall sehr cool die ist auch sehr schlicht und werde gleich mal drum machen mache ich es gleich jetzt vergesse ich es die ist relativ dick so und jetzt ist sie an meinem handy dran mega cool die sieht richtig schön aus bin ich auf jeden fall sehr zufrieden mit und jetzt muss ich meine haare waschen genau ich hasse haare waschen weil das macht bei meinen haaren immer so eine arbeit ich habe heute eine planänderung und zwar wollte ich ja heute zu einem tätowierer in die nächste stadt fahren aber mir wurde heute ein sehr guter tätowierer bei uns in der stadt empfohlen ich weiß zwar dass wir ein paar tätowierer haben aber bei dem einen der war nicht so und bei dem anderen den habe ich nie beachtet eigentlich und der wurde mir heute empfohlen und deswegen fahre ich da hin ich fahre da hin ich laufe da hin weil der quasi bei mir um die ecke ist und ja da freue ich nachher hin um mir einen termin ausmachen zu lassen und gehe der empfehlung nach und ja heute ist ja frau und tag deswegen habe ich mega süß von meinem opa blumen bekommen mega schöne tulpen und noch eine süßigkeit richtig süß und ja jetzt werde ich mich umziehen und dann gehe ich auch gleich schon dahin da werde ich jetzt meine kamera da nicht mitnehmen weil das ist ja dann nicht wirklich weit ich glaube da höchstens fünf minuten hin wenn überhaupt und ja dann erzähle ich nachher mal wie es weiter gehe ich bin jetzt wieder zurück und habe jetzt einen tätowierungstermin und zwar in zwei wochen am 21. dritten ja freue ich mich mega drauf das werdet ihr dann in den vlogs dann sehen und da möchte ich noch erzählen was ich mir für ein motiv mache und ja jetzt hätte ich mich abschminken aber und vielleicht noch das video hier mal anfangen zu schneiden ja Untertitelung des ZDF für funk, 2017